Belarus hat 16.000 bis 20.000 frische Truppen, Flugzeuge, Panzer und schwere Artillerie an die Grenze zur Ukraine verlegt, nachdem Kiew eine Offensive auf russischem Boden gestartet hat. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko behauptete, dass die Verlegung als Reaktion auf eine Ansammlung ukrainischer Truppen erfolgte, die durch ein Missverständnis der Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum belarussischen Unabhängigkeitstag am 3. Juli ausgelöst wurde. Lukaschenko erklärte, dass zu Beginn der Feierlichkeiten eine große Anzahl von Menschen und Material aus Belarus und Russland verlegt wurde, um an den Ereignissen teilzunehmen. Der belarussische Machthaber behauptet, dass Kiew und seine westlichen Verbündeten dies als Truppenverlagerung und Eröffnung einer neuen Front im Norden der Ukraine interpretierten. Er sagte, dass die Ukraine 120.000 Truppen an die Grenze zu Belarus verlegte, die später auf 150.000 anwuchsen.